Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 11341 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Freizeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und sollte nicht vernachlässigt werden. Freizeit ist ein wichtiger Teil unseres Lebens und sollte nicht vernachlässigt werden. Ermutigung ist eine Sprache, die jeder versteht. Ermutigung ist eine Sprache, die jeder versteht. Ermutigung ist eine Sprache, die jeder versteht. Was ziehe ich heute zu diesem Fest an? Elegant, sexy oder doch lieber sportlich? Was ziehe ich heute zu diesem Fest an? Ich kann das innerhalb einer Stunde für Sie fertig haben und liefern. Ohne Freiheit gibt es keine wahre Demokratie. Sie ist das Herzstück einer gerechten und integrativen Gesellschaft. Ohne Freiheit gibt es keine wahre Demokratie. Sie ist das Herzstück einer gerechten und integrativen Gesellschaft. Ohne Freiheit gibt es keine wahre Demokratie. Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Auf dem Markt ist das Gemüse immer frisch. Ich kaufe dort gerne ein. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Teil mit dem Markt ist die Bildung durch das Gemüse immer frisch. Du kannst das Gemüse immer frisch. Vielen Dank.